Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von eLearning Kraftfahrzeugtechnik. Heute haben wir das Thema Pumpe-Düse und da werden wir mal so eine Pumpe-Düse-Einheit in alle Einzelteile zerlegen und uns das Ganze mal genau anschauen. Hier haben wir zunächst einmal die elektrische Anschlusskontaktierung von unserer Magnetspule. Das heißt also im Zylinderkopf verlaufen dann die Kabel, die dann hier auf das Magnetventil, auf die Magnetspule der Pumpe-Düse-Einheit gehen. Ja, hier im vorderen Bereich haben wir die eigentliche Düse unserer Pumpe-Düse-Einheit, worüber der Kraftstoff in den Brennraum eingespritzt wird. Und hier unten drunter sitzt normalerweise ein Kupferring, der die Pumpe-Düse-Einheit dann zum Brennraum hin abdichtet. Der muss auf jeden Fall erneuert werden, wenn die Pumpe-Düse-Einheit mal ausgebaut wurde. Hier unten der Dichtring dichtet dann letztendlich den Kraftstoffvorlauf ab, der obere mittlere Dichtring ebenfalls. Das heißt, dieser mittlere Bereich hier, das ist der Kraftstoffvorlaufbereich. Und hier, wo ich meinen Schraubendreher gerade bewege, da sind über 900 kleine Löcher, über die der Kraftstoff aus dem Vorlauf in die Pumpe-Düse-Einheit antreten kann. Der hier obere Bereich, der über die beiden schwarzen Dichtringe abgedichtet wird, das ist der Kraftstoffrücklauf. Das heißt also, hier dichtet dann einmal der mittlere Dichtring zum Vorlauf hin ab und der obere dann zum Zylinderkopf hin ab. Dann haben wir hier im oberen Bereich die Kolbenfeder, die den Pumpenkolben der Pumpe-Düse-Einheit wieder aus dem Pumpe-Düse-Element herauszieht. Und hier oben einmal einen Stößel, der letztendlich vom Rollenkipphebel und dadurch letztendlich vom Einspritznocken betätigt wird und den Pumpenkolben in die Pumpe-Düse-Einheit hineindrückt. Die Pumpe-Düse-Einheit hatte ich schon ein paar Mal in Schulung zerlegt. Deswegen ist das hier so ein bisschen vorbereitet. Lässt sich das auch hier relativ einfach öffnen. Das heißt, ich schraube jetzt hier die untere Hülse von der Pumpe-Düse-Einheit mit den Vorlauflöchern ab, worüber der Kraftstoff in die Pumpe-Düse-Einheit eintreten kann. Und damit kann ich dann auch schon die Pumpe-Düse-Einheit komplett zerlegen. Das heißt also, wenn wir jetzt hier weiterschauen, dann nehmen wir jetzt hier einmal die Düse herunter mit der Düsennadel. Dann haben wir hier eine kleine Zwischenplatte mit einem kleinen Betätigungskolben, der letztendlich für die Betätigung der Düsennadel über die Düsenfeder verantwortlich ist. Dann haben wir hier den Düsenfederraum mit der Düsenfeder und den Einstellplättchen für die Düsenfeder. Das heißt, wenn wir uns das hier anschauen, hier vorne ein Einstellplättchen abgemacht, dann haben wir da die Düsenfeder und ein Einstellplättchen ist jetzt noch hinten auf der Feder drauf. Die legen wir mal daneben. Also das sind hier die Einstellplättchen, worüber, ups, magnetisch, worüber hier die Vorspannung der Düsenfeder, beziehungsweise worüber dann der Öffnungsdruck der Düsennadel eingestellt wird. Ja, wie gesagt, das ist dann hier der Düsenfederraum, wo sich dann die Düsenfeder, die Einstellscheiben und bei Betrieb des Motors auch der Kaststoff drin befindet. Hier im unteren Bereich haben wir dann noch den Ausweichkolben für die Druckanhebung meiner Pumpe-Düse-Einheit. Das heißt, die Voreinspritzung beginnt beispielsweise mit 180 Bar und die Haupteinspritzung mit 300 Bar. Und für die Druckanhebung brauchen wir den Ausweichkolben, der dann die Düsenfeder zusätzlich vorspannt. Und dann haben wir hier unten die Verschlussplatte für den Hochdruckraum. Ja, wenn wir jetzt hier in die Pumpe-Düse-Einheit reinschauen, dann sehen wir hier einen relativ großen Hochdruckraum mit dem Pumpenkolben, wo schon relativ viel Kraftstoff reinpasst und auch relativ viel Kraftstoff aus dem Hochdruckraum verdrängt wird. Ja, aus dem Düsenstock kann man dann nochmal die Düsennadel herausnehmen. Das heißt also, das ist meine eigentliche Düsennadel, die wie gesagt hier über einen kleinen Betätigungskolben die Düsenfeder betätigt, beziehungsweise die Düsenfeder dann über den Betätigungskolben natürlich auch die Düsennadel. Ja, das Ganze lege ich hier mal jetzt entsprechend so hin, wie es zusammengebaut ist. Das heißt also, wir haben einmal den Düsenstock, die Düsennadel, dann die Zwischenplatte mit dem kleinen Zwischenkolben, die Einstellscheiben mit der Feder und dann den Düsenfederraum. Und oberhalb des Düsenfederraums befindet sich dann letztendlich mein Ausweichkolben, dann die Verschlussplatte für den Hochdruckraum und dann letztendlich der Hochdruckraum meiner Pumpe-Düse-Einheit. So, wir können dann jetzt hier noch seitlich das Magnetventil abbauen, das heißt also die Magnetspule von der Pumpe-Düse-Einheit demontieren. Auch das ist möglich. Und dazu müssen wir hier erstmal eine Überwurfmutter demontieren und haben dann die Magnetspule mit dem Anker und hier der Ankerplatte. Die Ankerplatte gehört hier zur Betätigung der Ventilnadel in die Pumpe-Düse-Einheit und dann haben wir hier einmal links den Anker und rechts die Spule. Und in dem Augenblick, wo die Spule bestromt wird, wird der Anker aus der Spule aufgrund des Magnetfeldes herausgedrückt und betätigt dann die Ventilnadel der Pumpe-Düse-Einheit. Ja, hier bei der Betätigung der Ventilnadel haben wir noch so einen Betätigungsteller, so eine Betätigungsplatte, die letztendlich dann die Kraftaufnahme vom Anker auf die Ventilnadel weiterleitet und dann letztendlich hier die Ventilnadel, die den Kraftstoffzulauf zum Hochdruckraum verschließt. So, hier haben wir nochmal eine grafische Übersicht über die Pumpe-Düse-Einheit. Das heißt, die Betätigung erfolgt über einen Einspritz-Nocken. Das heißt, für jede Pumpe-Düse-Einheit haben wir auf der Nockenwelle einen zusätzlichen Einspritz-Nocken, der wiederum einen Rollenkipphebel betätigt und über den Rollenkipphebel wird dann der Pumpenkolben betätigt und in die Pumpe-Düse-Einheit hineingedrückt. Wenn der Einspritz-Nocken den Rollenkipphebel wieder freigibt, wird durch die Kolbenfeder der Pumpenkolben aus der Pumpe-Düse-Einheit wieder herausgezogen. Dann haben wir hier seitlich unser Magnetventil mit der Ventilnadel, die wir eben ausgebaut haben und dieses Magnetventil, wenn es bestromt wird, drückt die Ventilnadel nach links, wodurch der Kraftstoffzulauf zum Hochdruckraum verschlossen wird und damit der Kraftstoff im Hochdruckraum eingeschlossen ist. Hier im unteren Bereich finden wir dann im Zylinderkopf unseren Kraftstoffzulauf, von wo also der Kraftstoff von der Vorfederpumpe mit einem Druck von ca. 7,5 Bar über die kleinen Löcher in der Hülse in die Pumpe-Düse-Einheit hineingefördert wird. Dadurch wird zum einen der Düsenfederraum gefüllt und zum anderen haben wir natürlich auch hier den Kraftstoffvorlauf bei nicht bestromtem Magnetventil und geöffneter Ventilnadel, strömt dann auch der Kraftstoff über den Kraftstoffzulauf in den Hochdruckraum hinein bzw. auch hier unterhalb der Düsenschultern. Der Kraftstoffvorlauf ist dann hier im oberen Bereich über eine Drossel mit dem Kraftstoffrücklauf verbunden, sodass also der Kraftstoff auch innerhalb der Pumpe-Düse-Einheit permanent ausgetauscht wird. Und auch hier seitlich unten haben wir noch eine Drossel, die ebenfalls den Kraftstoffvorlauf mit dem Rücklauf verbindet, worüber dann der Kraftstoff in den Rücklauf hinein gelangt und dann über den Rücklaufanschluss an der Pumpe-Düse-Einheit im Zylinderkopf dann über den Kraftstoffkühler in den Tank zurückfließen kann. Ja, in der Befüllphase der Pumpe-Düse-Einheit gibt der Einspritznocken den Rollenkipphebel frei und die Kolbenfeder zieht den Pumpenkolben aus der Pumpe-Düse-Einheit heraus, wodurch der Hochdruckraum vergrößert wird und dadurch, dass dieses Magnetventil nicht bestromt ist, kann der Kraftstoff jetzt aus dem Vorlauf über die geöffnete Ventilnadel in den Hochdruckraum hineinfließen beziehungsweise auch hier unterhalb der Düsenschulter wirken. Läuft der Einspritznocken auf den Rollenkipphebel auf, wird der Rollenkipphebel nach unten gedrückt entgegen der Düsenfederkraft und wenn dann der errechnete Spritzbeginn erreicht ist, bestromt das Dieselsteuergerät das Magnetventil. Durch die Bestromung des Magnetventils wird die Ventilnadel nach links verschoben entgegen der Federkraft und verschließt den Hochdruckraum, sprich den Kraftstoffzulauf, sodass der Kraftstoff aus dem Hochdruckraum nicht mehr entweichen kann. Das heißt, wir haben jetzt hier unseren Kraftstoff eingeschlossen und aufgrund der Kolbenbewegung, wodurch der Hochdruckraum verkleinert wird, steigt der Druck im Hochdruckraum und damit natürlich auch hier unterhalb der Düsenschulter an. Haben wir unterhalb der Düsenschulter einen Kraftstoffsystemdruck von ca. 180 bar, hebt sich die Düsennadel entgegen der Düsenfederkraft an und die Voreinspritzung beginnt. Da über den Pumpenkolben mehr Kraftstoff verdrängt wird, als über die Düsenlöcher entweichen kann, steigt der Druck im Hochdruckraum und damit auch der Druck unterhalb der Düsenschulter an. Ab einem gewissen Druck wird dann der Ausweichkolben nach unten verschoben, wodurch die Düsenfeder zusätzlich vorgespannt wird, der Hochdruckraum vergrößert wird und das Ganze sorgt jetzt für einen Druckabfall im Hochdruckraum und damit auch für einen Druckabfall unterhalb der Düsenschulter. Aufgrund des Druckabfalls unterhalb der Düsenschulter und der vorgespannten Düsenfeder wird jetzt die Düsennadel in den Düsensitz hineingedrückt und die Voreinspritzung ist beendet. Der Pumpenkolben wird weiterhin vom Rollenkipphebel betätigt und fährt weiterhin in den Hochdruckraum hinein, verdrängt also weiterhin den Kraftstoff, wodurch der Kraftstoffdruck jetzt im Hochdruckraum und natürlich auch wieder unterhalb der Düsenschulter ansteigt. Ab einem Druck von 300 Bar hebt sich die Düsennadel erneut gegen die vorgespannte Düsenfeder an, wodurch jetzt die Haupteinspritzung mit einem Druck von 300 Bar beginnt und auch bei der Haupteinspritzung wird natürlich im Hochdruckraum mehr Kraftstoff verdrängt, als über die Düsenlöcher entweichen kann. Das führt zu einem Druckanstieg im Hochdruckraum und auch unterhalb der Düsenschulter und damit auch an der Düsennadel, sodass hier bei der Haupteinspritzung ein maximaler Einspritzdruck von 2050 Bar erreicht werden kann. In dem Augenblick, wo die Einspritzung beendet werden soll, wird ganz einfach die Bestromung vom Magnetventil zurückgenommen, die Feder drückt die Ventilnadel wieder in die Ruhrposition, der Kraftstoffzulauf wird freigegeben und jetzt entweicht der hier im Hochdruckraum unter Druck gesetzte Kraftstoff wieder zurück in den Kraftstoffvorlauf und kann dann auch über die Drosselbohrung natürlich wieder in den Kraftstoffrücklauf hinein entweichen. Durch den Druckabfall im Hochdruckraum und damit auch dem Druckabfall unterhalb der Düsenschulter wird die Düsennadel durch die Düsenfeder wieder in den Düsensitz gedrückt. Diese 2050 Bar maximaler Einspritzdruck werden natürlich nur bei maximaler Ansteuerungszeit der Pumpe-Düse-Einheit erreicht. Ansonsten haben wir hier bei unserer Pumpe-Düse-Einheit Einspritzdrücke zwischen 300 und 2050 Bar immer in Abhängigkeit der Ansteuerungszeit der Pumpe-Düse-Einheit und in Abhängigkeit der Motordrehzahl. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch und ich würde mich freuen, wenn wir demnächst mal wieder zu einem Video zur Kraftfahrzeugtechnik zusammenkommen können. Bis dann!